Guten Morgen meine Munginentin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoshi's Woolly World Part 40, Level 5, 6, nicht den Faden verlieren. Hört sich ein bisschen nach Scrolling an oder irgendwas mit so einer Art Lies? Ja, 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 möglich. Aber auch nicht unmöglich, was? Ist das dasselbe? Äh, Level Scheiße. Schwieriges Level Scheiße. Schwieriges Level Scheiße. Ja, Geh, Geh. Ja, wissen die Profis, ne? Oh, gut, immerhin kommst du wieder. Achso, komm wieder. Da musst du bestimmt auch rein. Ah, da unten. Oh, ne. Das hasse ich. Das reicht doch dann wieder niemand. Was? Erst links oder erst rechts? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Lass mal erklären wo wir sind. Na, erstmal wieder zurück. Kommen wir zurück? Ja. Ne, kommen wir nicht mehr. Kommen wir nicht mehr runter. Als ob. Wir müssen hier wahrscheinlich lang. Nein, wir hätten erst da unten lang gemusst. Geh, Geh. Oder erst hier rein. Ich flieg bei diesem Level langsam nicht mehr durch. Das ist ja so süß. Alter. Alter. Das ist ja so Bullshit. Das hat doch jetzt schon keiner mehr. Hä? Woher? Kommst du? Ja. Nein. Obwohl, du brauchst nicht kommen erst. Ja. Ah. Das ist eine Blume. Wir müssen irgendwie drauf springen. Ah, die erste Blume haben wir. Was? War hier oben noch irgendwas? Nein. Nein. Was hab ich gesehen? Da oben ist verblüben. Das hab ich auch gesehen. Da bestimmt ordentlich stempel. Das ist ein Checkpoint. Viel Spaß beim Schneiden. Alter. Das ist ja wie die Seine Pyramide. Das ist halt echt so. Gut, dass du mal die Scheiße wegkriegst. Warte, 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 warte. Ich hab vorhin noch was zu tun. Ich hab's gesehen. Wir gehen noch mal runter. Und unten ist die Tür. Hier geht's eben noch weiter. Ja, hier geht's überall weiter. Warte. Ich will nachgucken. Ich weiß ja, wo wir sind. Wir sind am Anfang? Ja. Das machst du keinen Unterschied über jeden Tag. Bist du nicht? Wir sind auch einfach. Das weiß ich nicht. Aber egal. Nein, was nicht. Weiß wir erst nach links. Da waren wir doch schon eine Pfosten. Ah. Aber wie sind wir? Da oben durch. Ach. Aber was bringt denn das da? Da musstest du das aufschließen, dass da das Hund da kommt oder so. Irgendwie war das. Aber konnten wir nicht das hier vorhin aufmachen? Ja, das könnt ihr auch machen. Nicht Fäden ziehen. Aber warum? Äh, gehen wir erst mehr lange. Waren wir hier nicht auch schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Guck mal, das ist der Checkpoint. Ja. Ah! Ah! Da war eine Rucke. Was sind wir denn jetzt? Wieder? Ich rollen! Ja, geh mal da rein. Das ist wahrscheinlich nur zum Prangen. Ach, das war hier wieder. Links oder rechts? Links, ne? Ja. Ja, wir gehen links. Ja. Ah. Der Faden. Das ist so kompliziert. Das ist mein Faden. Das schlängelt sich jetzt hier hoch. Das ist ja mal so kompliziert. Da oben musst du was abknallen. Ah, ich nehme den nächsten. Geh, geh, geh. Alter. Ja. Wo soll ich da aufrollen? Ich schaffst das! Hier rein, erstmal? Ja. Alter. Ah. Vorsicht! Du warst gleich den Abgang. Jetzt aufhine ich es war. Ach, da ist nichts. So, ich habe mir eine Schlenkung mehr. Kommt es runter? Mhm. Da waren wir. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Nein. Da sind wir hingekommen. Ja, jetzt müssen wir den anderen Weg nehmen. Den anderen Weg. Wir sind doch gerade recht hoch. Jetzt gehen wir links lang. Ist das nicht deutschland? Weiß ich nicht. Nein. Also, da unten war man vorhin schon. Oh, alter! Sammeln nicht einige! Ja, dann musst du A drücken! Das heißt. Splitty! Nein! Nein! Sorry. Hier jetzt links. Bei ihm gerade ist er ja rechts. Ja, gut. Das sind wir da jetzt auch. Baaah! Lass mal gucken, was es hier links gibt. Äh. Ist die Frage? Hier hoch oder? Ja. Wird noch nach unten gekommen? Hier ist bestimmt die Wolle! Hol dir das Zeug. Ja. Ja, komm. Eine reicht. Ja, geh. Müssen wir da runter? Ja, hoch kommen wir nicht. Warte, wir können auch hier drüben. Wenn niemand weiß, ob wir hier runter müssen. Das müssen wir. Das weiß ja nie jemand. Da bin ich noch ran! Ja, geh da ran! Ich bin zurück. Du bist da oben gezeigt. Du musst dir jetzt die Kacke holen. Ich will da oben jahrlang. Ja, mach doch. Ja, komm zu mir! Du die Wolle holst. Man kann nach oben raus. Warte! Ich stecke, ne? So. Geh jetzt da oben durch? Ja. Es reiht ja nie jemand. Er hat da... Ja. Komm, den Zechherzen. Oder sowas. Zechherzen. Oder sowas. Oder sowas. Zechherzen. Zechherzen. Das ist so verwirrend. Ähm. Jetzt erst mal verletzen. Ja, klau dir mir ruhig die ganze Wolle. Macht nicht. Ha. Hm. Ja. Ich komm nochmal runter. Ich schätze nämlich auf deiner Seite auch noch was. Mhm. Wir sind hier lang gegangen, ne? Noch eins. Super. Wir könnten auch beim Checkpoint lang gehen, aber ich glaube, dass wir das verwirrend sein, da wieder hinzukommen. Und keiner mit jemanden dahin kam. Was war denn da unten? Ach, da gehen wir gleich hin, ne? Mhm. Irgendwann. Jetzt müssen wir hier kurz runter. Und wieder hoch. Dann wieder hoch. Und da durch. Ja. Und rechts. Erst oben lang gehen. Wir kommen hier gleich hier nochmal runter. Hier oder nicht? Ja, aber dass wir erstmal die Sachen hier oben machen. Gut, ich meine, dass wir ihn nicht töten kann. Du musst da doch eigentlich schubsen. Geht nicht. Was ist das für eine Scheiße? Alter, ich hasse solche Level. Ach, ich bin ja vorgerannt. Alter, du bist vorweggerannt. Nein. Hier oben steht ja was. Na geh, geh, geh. Ich nehme nur ein paar Bälle. Was ist mit Bällen? Was? Blümchen! Ja! Och! Und... Wiedler! Oh! Kommen wir auch wieder zurück? Wollen wir erstmal noch mal zu... Gehen wir noch mal zurück, oder? Wir kommen nicht mehr noch. Doch! Doch, wir können zurückbusten. Das klappt. Doch, wir kommen da zurück! Das ist so verwirrend. Ach, so, hier sind wir. Soll ich noch mal gucken? Da oben ist... Wir müssen auch noch mal da runter. Ja, ich weiß. Auf der anderen Seite muss auch noch so viel gewesen sein. Wir warten mal auf das... Nee, warte. Doch, wir warten mal darauf. Ach, da geht's erstmal noch mal hoch. Ja, mach mal. Was? Was? Können wir mal wieder ins Kommen? Hallo? Nee, ich glaub... Da, 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 da. Äh, jetzt muss ich auch hier nach oben kommen. Der Insel stirbt. Die Scheiße! Ich war wohl live. Sollten wir da, der Insel stirbt? Ich bin jetzt hier. Ja, du musst aber nach rechts. Ich bin jetzt auch da. Ich hab... Wir müssen auch... Haben wir... War das der zweite? Das ist der zweite. Das ist der zweite. Aber wir müssen nochmal nach vorne. Wir müssen auch die erste Wolle nochmal. Wir müssen auch die erste Wolle nochmal. Ja, bei dem... Die muss ganz am Anfang irgendwo sein. Oh, also nochmal ganz so. Bei dem ersten Checkpoint ist noch unten noch was. Ja, niemand weiß, wo hier irgendwo was ist. Ja, aber da hatten wir doch vorhin dieses Ding bei einem Dings. Unten. Das Sprung-Dings da. Ja, aber das kann's nicht sein, weil auf der anderen Seite schon eine Wolle war. Das muss noch weiter, meinst du das da unten? Ja. Ja, wir müssen nochmal ganz nach unten. Nein, wir müssen erstmal nach unten. Nein, das erstmal die Sachen hier holen. Komm, Nico. Dann hängen wir gleich wieder am zweiten Checkpoint. Mann, wir verrecken, ja. Das ist doch Gigi. Ja, das ist ganz im Leben dieses Gigi, alter. Das ist so Gigi? Warte. Geht was noch um? Weiß ich doch nicht. Warte. Du bist jetzt um oder unten. Hä? Mir geht gar nichts. Ich weiß nicht. und da kommt dann kann wahrscheinlich auch noch etwas aktivieren und so wahrscheinlich noch hin hier ist doch nichts du bist da reingegangen also ich muss mir die kacke da oben holen wir haben einen stempel und wir sind jetzt keine gehen wir erst mal unter uns zu gucken dann müssen erst mal das da oben schießen ja ich habe keine bälle ja dann nimm doch mich als bei ja ein richtiger profi ja sicher auch so wie sind wir es niemand macht das viecher weg ist doch eins wieso was kann das stellen das ist auch noch feier und ja ganz und dann müssen wir versuchen okay dann gehen wir so ganz unten dann müssen wir uns auch nicht mal merken ja aber gleich jetzt schon da gefallen bin weil das sind voller da müssen wir unten bleibt dritt noch ein runter nein ich wollte eigentlich zu den dingen sei es wieder hoch hier rein weil hier von vorne muss aber auch noch um hier war eine wollkläue ding sein eine wolle weil die allererste fehlt ja ja ich weiß ich weiß ja jetzt hier warte ich weiß ich glaube ich weiß wo dafür muss er zum check point zum ersten die ganze erste wurde ist die alle kriegen hier war jetzt ganz am anfang quasi jetzt muss er noch nicht da nicht da waren wir eben die erste das muss ganz am anfang gewesen sein ja wo denn ganz am anfang das ist ja nicht ja wo ging es nie an ja weiter ja dann lass erst mal das ist du hast ne Wolle ne Herzen wir waren jetzt da wegen Herzen ja jetzt müssen wir überlegen ob wir noch mal ganz am anfang gehen soll wegen der runde da wir waren eben fast so gut wie er zu fangen das ist mal ganz ein anfang weiter 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 runter durch die tür durch die tür ja die tür ja links ihr ganz am anfang bitte sehr weil das der anfang des levels ja doch ja und dann was sind da oben eigentlich ach das war nur die drei türen ja das war der prank nein nicht ernsthaft mann alter gut dass wir noch mal zurückgegangen sind wir wollen sich pranken ja ich bin froh wenn es nicht geschafft haben wir hätten am ende für das nur herzen das wäre so billig und dann muss das ganze labyrinth noch mal machen und wir müssen auch nach ganz oben ja ganz oben ich weiß wo das war müssen also diesen raum wo die zwei dings sind dann hoch ja manchmal wünsche ich die dinge ein bisschen schneller aber was war da liegt es eigentlich da waren wir nicht oder doch da waren wir nach das das meintest du hier sind doch die zwei dinge ja dann ist aber runter kommst du die frage ich muss irgendwie so denken als ob wir das level normal spielen die frage die frage die kammer denn dahin links lang nein durch den wir sind vorhin links lang gegangen wir dürfen nicht links dann wir müssen wir sind hier aber vorhin langgegangen hier sind wir wieder hier das bringt uns ja nicht der feier zeigt ja in die richtung müssen wir hier oben auch das weiß ich da waren wir können hier links gehen oder warte kann da nicht dass man wegen man ja wie wir es nicht kommen hier gehen wir noch nicht lange ich weiß es nicht dass die stelle auf check wollen wir vergessen das doch alles wieder jetzt sind wir aber weiterhin dann schreiben check und müssen mal zurück sein hier hallo hier ist der weg darum wo kann die kamen irgendwie gut orientieren muss doch vorhin da hoch gerade eben wir mussten doch ja aber an welcher stelle war denn das ist auf dieser seite das weiß ich es kommt hier müssen wir hoch oder das war doch bei diesen viechern ja ich habe das war ein viele aber ich weiß dass es nicht an der stelle war ich bin der meinung das ist eben bloß nicht auftaucht dann kommt mir das nicht finden wenn es eben auftaucht hätten wir das noch gefunden da müssen wir auch noch irgendwie reinkommen wenn da halt nur oder nur herf oder so drin sind dann dann rastig ich raste gleich aus warte ich gehe nach mir eben kurz um mich einzusammeln ist sicher ich habe keinen bock gleich um runter zu fallen so scheiße hoch zu kommen ich habe nichts zu sagen wollen die mich irgendwie ja wollen die rollen die frage gehen wir erstmal hier hoch oder erst und durch die tür lass uns erstmal die karte da also wenn die dann noch schwebt und dann gehen wir unten durch die tür und dann müssen wir ja und dann gehen wir nicht wir müssten ja ja und dann mussten wir auch noch mal zurück weil da unten war ja auch noch so hoch springen was wir eben gesehen haben und dann dachten wir dann gehen wir nicht hoch weil es in der zweiten checken was war deine tür jetzt ist die frage darum ist aber nichts doch dann geht wir wissen ja jetzt aber wir müssen ja eh noch mal ich weiß wo wir sind da kommt doch da sind wir jeden fall eben so durch die tür gehen sollen ja da unten sind man noch was ja du bist doch noch unten ach nee da war das glaubst du so jetzt gehen wir erstmal wieder zurück oder was ja müssen wir glauben das ist nur um die kacke zu kriegen wo kam das ding her das ist nur um die kacke zu kriegen wie kommen wir jetzt die hm wir sollen den ganzen weg wieder hoch gehen ja aber war doch gut jetzt haben wir zum nächsten Mal die wolle ja halt mal also jetzt steht uns eine blume und zwei stimmel umsatz von herz ja easy jetzt ist halt nur die frage hier wieder nein hier war es nicht es war hier da ist es und da und dann müssen wir doch das ende finden ja das ich denke das wird gar nicht so schwer das ende zu finden in der tat ich denke das ist aber nicht so schwer das ende zu finden ja und da da kommen wir gleich raus ja möglich alles möglich dort kein jetzt mein video vielleicht dafür nicht bezahlt werde nicht ja dann ist auch kein der platz mit dann ist ein hoch auch da ist jetzt nein Nein! Eine Blume, zwei Stempel, zwei Herzen. Nein! Was ist das? Dann müssen wir das echt noch mal spielen. Kommt das in einer bisschen! Irgendwie war es klar, dass er das Ziel ist. Geh! Geh! Ich habe jetzt schon keine Lockme! Aber es ist nicht mehr so viel. Ja, immerhin. Nur eine Blume und zwei Stempel. Ich denke, die Stempel wären auch bei der Blume zu sein. Ja, 100! Und die Blume ist? Irgendwie bei der Tür, wo man da rauskommt, vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie man da reinkommt. Oh, Mann. Wir hätten, glaube ich, nach links noch weitergemusst werden. Aber wo? Ja, das ist doch die Frage! In den Secrets wird sie euch beantwortet werden. Ja. Nee, nee. Ich... Ja. Wow. Das bringt ja so nichts. Wir hätten ein Fischer nehmen. Ja, das Level sieht wieder Standard aus. Ich bin ein Iglo. Ja. Dann würde ich aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch noch ein Abo. Das nächste Video wird bei Philly auf dem Kanal sein. Dann seht ihr das Level 5 Steam, da wisst ihr was ist. Ansonsten, wenn ihr da nicht reinschaut, schaut bei mir das nächste Mal rein. Dann ist der Boss, der Endboss aus dieser Welt. Ist auch die vorletzte Welt übrigens. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.